Es geht wirklich darum, Cory ist hier doch, Neko mit einem wahnsinnigen Play hat es direkt mal gerecht. Der Drache wird auf der anderen Seite verschlungen. Overtime steht immer noch tiefer und tiefer und jetzt versuchen sie irgendwie die Sache dann durch zu pushen. Washington Justice aber jetzt, die Application Matrix, aber da sind zwei Kicks richtig gut gemacht. Der Schaden, der ist immens. Gott kann trotzdem natürlich hier das Ganze abwehren. Supercharger ist auch noch da. Der Schaden ist verstärkt, aber es reißt einfach absolut gar nicht aus. Langsam mit dem Safety Chuck. Oh mein Gott, ich seh den Helm. Das ist gut, dass Cory noch zur Stelle sitzt im nächsten Helm. Und da sind nur noch zwei, da sind nur noch ein, da sind zufrieden. Was ist das denn? Cory, der Rast ist kurz da und auf Washington Justice beutet in die. Und damit den Dritten in dieser Season für Sie jetzt gegen Toronto natürlich bewiesen, dass Sie in dieser Meter einfach besser...